Hallo, ich bin ein Querdenker. Ich bin Rechtsanwalt der Transition aus Würzburg und ich bin der Auffassung, dass die Grundrechte eine Verpflichtung des Staates auslösen, Gesundheit aller Menschen des Staates zu fördern und nicht lediglich Anspruchsrechte von einzelnen Egoisten sind. Da man sowas mit einem Querdenker T-Shirt sagen, kann Herr Ballweg das nicht verhindern, dass nur treue Anhänger unter dem Namen Querdenken T-Shirts tragen, auf Demonstrationen gehen? Ja, Ballweg schäumt vor Wut in seiner aktuellen Pressemitteilung. Dort geht es um diesen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vorne abgebildet Attila Hildmann. Mittlerweile weiß man, Hildmann und Ballweg sind nicht mehr so gute Freunde, obwohl sie einige gemeinsame Positionen vertreten. Der eine möchte Nuss-Nougat-Creme oder irgendwas anderes, ich weiß nicht genau was es ist, verkaufen. Der andere verkauft lieber T-Shirts und sammelt Direktspenden an. Der andere verkauft Produkte dazu. Aber Herr Ballweg sagt, Attila Hildmann war niemals auf einer Bühne von Querdenken, er lief nur ansonsten mit. So wie manche andere Leute auch, denen man offen eine, nicht Bühne geboten hat, aber eine Möglichkeit ihre Positionen kund zu tun. Und das ist eines der Probleme von Querdenken. Man will sich nicht abgrenzen, man kann sich nicht abgrenzen, weil man den Begriff markenmäßig auch nicht gut schützen kann. Denn Querdenken als Begriff ist nach § 8 Absatz 2 Markengesetz frei haltebedürftig. Das ist ein Gattungsbegriff. Das ist ein Begriff aus dem Sprachgebrauch, der allerdings mittlerweile etwas verbraucht ist und nicht mehr allein positiv konnotiert ist, wie es ursprünglich mal war. Das hat Querdenken also schon geschafft. Aber Querdenken kann nicht verhindern, dass jeder mit einem solchen T-Shirt herumläuft. Schauen wir uns trotzdem mal diese Pressemitteilung an. Denn wir können auch da wiederum etwas lernen darüber, was im Presserecht erlaubt ist, was nicht. Herr Ballweg bezieht sich auf den Pressekodex und möchte, dass solche Veröffentlichungen künftig unterbleiben. Denn er kommt nicht gut weg. Und Herr Ballweg hat aber Schwierigkeiten, vielleicht ist er an dieser Stelle nicht so gut juristisch beraten gewesen, zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen zu unterscheiden. Denn, kleiner Hinweis oder Grundrepetitorium in Deutschland ist nach Artikel 5 die Meinung geschützt, nicht aber die falsche Tatsachenbehauptung. Deshalb kommt dieser Unterscheidung eine wichtige Bedeutung zu. Wenn es sich um eine Tatsachenbehauptung handelt, dann kann man dagegen vorgehen, wenn sie ehrrührig ist, wenn sie geeignet ist, den Betroffenen verächtlich zu machen. Handelt es sich um eine Meinungsäußerung, dann ist extrem viel erlaubt. Unser Grundgesetz mit den immer noch intakten Grundrechten erlaubt dumme Meinungen. Das habe ich schon oft gesagt, da haben wir schon Videos dazu gemacht, auch die unsubstantiierte Meinung, solange sie eben eine Meinung und nicht eine Tatsachenbehauptung ist. Schauen wir uns mal an, was hier also passiert. Ein Aufmacherbild. Kann man sowas machen? Kann man einen Eindruck vermitteln? Ja, das darf man wohl, obwohl man natürlich hätte hinzuschreiben können, dass Herr Hildmann und Ballweg keine guten Freunde sind. Aber interessant ist jetzt dieser Aspekt mit der privaten Kontonummer, die von Herrn Ballweg genannt wird. Ist das falsch? Ist das wahr oder unwahr? Nein, es ist die Wahrheit. Es wird eine private Kontonummer genannt. Was sagt Herr Ballweg? Diese Aussage ist falsch und unwahr. Jetzt wird es spannend. Es handelt sich um ein eigens eingerichtetes Konto auf seinen Namen für alle Aktivitäten. Also kein Privatkonto. Doch ein Privatkonto, aber eigentlich ein Konto auf seinen Namen. Und das ist kein Privatkonto? Was Herr Ballweg an dieser Stelle sagen will, ist, es gibt noch andere Privatkonten, mit denen er seine Lebensmittel und Reisen bezahlt. Das hier ist nur ein Privatkonto unter seinem Namen. Aber was für private Sachen verwendet werden kann, aber nicht soll. Allerdings ist Herr Ballweg auch nicht verpflichtet zu sagen, wofür er das Geld verwendet, obwohl oft dabei nachgefragt worden ist. Stattdessen sagt er, er hat schon ganz andere Gelder verwendet. Zum Beispiel eine Stiftung gründen wollen begonnen damit, hat aber mit dem, was heute Aktivität nichts zu tun. Also Herr Ballweg sagt, das ist zwar ein Privatkonto im Sinne eines privaten Kontos bei einer Bank, aber es ist nicht sein privates Konto. Privatkonto, privates Konto. Vielleicht kommt es auf die Betonung an. Nun, die Tatsachenbehauptung, dass es sich um ein Konto handelt, was der Privatperson Ballweg gehört und für das er volle Verfügungsmacht hat, ist zunächst einmal richtig. Insofern, Herr Ballweg, nein, da kommen Sie nicht mit dem Pressekodex. Das ist ein Privatkonto, was Sie da haben. Ob Sie damit Ihre Leberwurst bezahlen oder Ihre Demonstrationen, das können wir erstens nicht nachprüfen, weil Sie ganz bewusst sagen, das verraten wir niemandem. Wir verraten auch nicht, ob wir damit Überschuss machen oder nicht. Herr Ballweg, Sie könnten ja mal Transparenz schaffen. Sie könnten ja mal sagen, ich lege die Konten offen und mache eine Abrechnung, ob ich damit Plus oder Minus gemacht habe und ob ich damit jetzt meine privaten Konsumausgaben bezahle oder ein Vermögen ansammle. Bis dahin ist es ein Privatkonto, unabhängig davon, was damit bezahlt wird. Oberster Querdenker sei er verletzend. Nun, das ist eine Meinungsäußerung, ob sie gut oder schlecht ist, darauf kommt es nicht an. Sie ist auf jeden Fall keine Schmähkritik und somit auch zulässig. Und was haben wir dann? Er nennt keine Zahlen. Das ist wohl auch die Wahrheit. Da wird man nichts dagegen sagen können. Lukratives Geschäft, sagt hier der Autor oder einer, der zitiert wird. Und auch das wiederum eine Meinungsäußerung, ob ein Geschäft lukrativ ist oder nicht. Das ist dem Beweis nicht zugänglich, weil ab wann ist ein Geschäft lukrativ oder wann nicht? Das ist eine Frage, die insofern als Meinungsäußerung unter Artikel 5 Grundgesetz fällt. Sie erinnern sich, Herr Ballweg, das ist ja der Artikel, der Ihnen abhanden gekommen ist, weil nur die anderen immer ihre Meinung sagen dürfen, aber sie kritisiert werden für ihre Meinung. Und so funktioniert Artikel 5 Grundgesetz nicht. Sie haben das Recht, ihre Meinung zu sagen, aber die anderen haben es auch. Sie können aber nicht verhindern, dass die Meinung der anderen von ihren Meinungen abweichen. Denn das wäre ja ansonsten Meinungsdiktatur. Ja, dass auf den Bühnen oder auf den Demonstrationen am Rande alles Mögliche verkauft wird und Geld verdient wird, das ist nun wirklich eine Tatsachenbehauptung, die wahr ist, Herr Ballweg. Da wird man es schwer haben, dagegen vorzugehen. Sie könnten es kontrollieren. Sie könnten sagen, dies ist eine kommerzielle Veranstaltung der Querdenken 711 GmbH und dort wird nur zugelassen, wer ein Ticket gekauft hat. Könnte man machen, würde aber ein bisschen kommerziell aussehen. Konstruktion mit den Privatkonten als gezielte Verschleierung zu bezeichnen. Ist das eine Meinungsäußerung oder eine Tatsachenbehauptung? Ist eine gezielte Verschleierung dem Tatsachenbeweis zugänglich? Nein, ist es nicht. Es ist wieder eine Meinungsäußerung, Artikel 5. Das hatten wir schon vorhin. Und jetzt hat Herr Ballweg angekündigt, dass er künftig eine gemeinnützige Stiftung gründen wolle. Und da regt sich Herr Ballweg aus, wie kann man denn so etwas verschweigen? Wir haben doch immerhin die Absicht, eines Tages eine Stiftung zu gründen. Aber sie existiert noch nicht. Sie ist jedenfalls nicht aktiv. Alle Aktivitäten, die momentan stattfinden, finden statt im Rahmen des privaten Kontos oder der Gesellschaft. Ich bin der Auffassung, dass es sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelt, da es eine Gewinnerzielungsabsicht gibt, da der Umfang der eingeworbenen Spendengelder, soweit sie bekannt ist, über eine bloße private Spendensammlung hinausgeht, dass die Aktivitäten auch darauf ausgelegt sind. Das sieht man an den vielen Spendenaufrufen. Und somit handelt es sich um eine Gesellschaft. Denn wenn man nichts anderes aktiv gründet und sich mehrere Leute zu einem Zweck zusammenschließen, dann hat man eine GbR oder, und das kann auch passieren, eine offene Handelsgesellschaft, wenn gleichzeitig ein kaufmännisch eingerichteter Betrieb erforderlich ist. Macht keinen großen Unterschied, führt beides zu einer vollen persönlichen Haftung, zum Beispiel von den Ablegern. Und da verweise ich auf die vorherige Pressemitteilung, wo Herr Ballweg ja beschrieben hat, wie diese Ableger-Dependancen organisiert sind. Und da sieht man, dass es also von Querdenken regionale Initiativen gibt, die nicht komplett unabhängig sind. Jetzt streiten wir wohl darüber, ob die Lizenzgebühren bezahlen oder in anderer Art und Weise gesteuert werden. Darauf kommt es letztendlich nicht an. Sie treten auf unter dem Querdenken-Logo, werden gemeinsam auch organisiert. Und damit handelt es sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit um Mitgesellschafter. Aber das wird man noch genauer klären können. Der engere Kreis der Querdenker dürfte allerdings Gesellschafter sein, die, weil sie im Namen von Querdenken auftreten und nicht als Vertreter somit auch für die Schulden, zum Beispiel beim Finanzamt, dafür haften würden. Da ist es eine gute Idee, eine Stiftung zu gründen. Hätte man schon ein bisschen früher machen können. Stiftungen sind ein bisschen aufwendig. Man braucht Stiftungsvermögen. Man hätte einfach ein e.V. gründen können. Das wäre innerhalb von ein paar Tagen erledigt und auch eingetragen gewesen. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu spießig für Querdenker, solche Strukturen zu schaffen. Dann hätte man auch in aller Ruhe eine gemeinnützige Anerkennung bearbeiten können. Auf den Homepages steht immer drauf, wir arbeiten an der Gemeinnützigkeit. Das geht aber nur, wenn es sich um eine Körperschaft handelt. Denn nur solche können im Sinne der Abgabenordnung gemeinnützig anerkannt werden. Also man müsste nochmal neu gründen und dann alles in diese Form überführen. Alles, was bisher stattfindet, findet statt unter dem Privatkonto oder dem privaten Konto von Herrn Ballweg.